Halleluja, der du das gerade hörst, ich möchte dir sagen, Jesus tut heute noch Wunder. Er kann dich auch heilen, im geistigen Sinne, Halleluja, auch in jeder Krankheit. Hör zu, was er tat. Latschudibes Wunderschöne Stimme. Wunderschöne Stimme. Prala. Und zu heilen, kranke Menschen, und ließ Tote auferstehen. Er hörte dort von einem kranken Mädchen, von der es hieß, sie sei schon tot. Da sprach Jesus zu den Menschen, sie schlägt, sie ist nicht tot. Er sprach. Talita, komm ich, steh auf und geh, ich bin dein Gott, ich sag es dir. Amen. Talita, komm ich, steh auf und geh, ich bin dein Gott, ich sag es dir. Amen. Talita, komm ich, steh auf und geh, ich bin dein Gott. Gott, ich sag es dir. Talita, komm ich, steh auf und geh, ich bin dein Gott, ich sag es dir. Glaube nur, Jesus heilt dich von jeder Krankheit, von jeder Gebundenheit. Liebe Schwester, lieber Bruder, nimm das Blut des Sehens in Anspruch und wenn du es glaubst, bist du geheilt. Der Herr segne dich. Amen.